Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu GTA 5 Online und heute machen wir mal einen Raubüberfall. Ach, dieser Raubüberfall, da gehen wir mal hin mit der Tussi. Ja, schöne Frau, ich weiß. Sieht aus wie Claudia Schiffer, nur mit kurzen Haaren natürlich. Geiler Rock, geile Schuhe, geile Bluse. Ich find die heiß. Guck mal, wie vornehm die läuft. Hallo, hallo, hallo. So, guck mal mal rein. Moin, moin. Also, was ist hier drin nicht erlaubt? Hunde und Getränke. Hä, wo ist der Kassierer? Ah, da. Okay, gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. What the fuck ist das? Ein roter Punkt? What the fuck? Los, schnell, schnell, schnell. Ich will dein ganzes Geld haben. Ich will... What the fuck? Gib mir dein Geld. Scheiße. Ja. Ein bisschen gefährlich ist es. Das Geld hab ich. Tausend Dollar. Oh, das ist doch hammerhart hier. Da draußen ist irgendeine weiße... So eine weiße Spargelstange. Ich glaub, der will mich vergewaltigen, aber ich bin mir nicht sicher. Alter, der will mich ficken. Niemals. Ich will frei. Oh, verdammt. Oh, nein. Don't come over. Ich kann gar nicht. Aha. Was war denn das für eine komische Nutte, Alter? Mann, oh Mann. Außer Gefecht. Ja, so hab ich mir natürlich online nicht vorgestellt. Ich grübel immer noch, wie ich an die geilen Autos komme. Hä? Äh, Autos. Ich mein Flugzeuge. Ich war nämlich am Flughafen, konnte aber irgendwie nix fahren. What the shit, Alter. Die hat ja... Also, ist das ein Mann? Das ist ein Mann, Leute. Hey, das ist auf jeden Fall Michael. Guckt euch den mal an. Stopp, Michael. Ja, typisch. Meine Munition ist wieder alle. Musste ja so passieren. Hä, wir haben ja eine Munition. Gucken wir auf die Map. Was haben wir denn da schönes? Team Deathmatch. Ah, ein Waffenshop. Genau, wir brauchen noch Muni, um die Leute abzuknallen. Simon. Also, ich verdiene hier irgendwie viel zu wenig Geld im Online-Modus. Da kommt irgendwie nix zusammen hier. So. Fahren wir jetzt mal Ding. Zum Ding, zum Waffenshop. Mal gucken, was für Neuigkeiten es gibt. Das Coole daran ist, man kann einfach bei den Freunden reinschillen. Habe ich auch schon gemerkt. Viele PSN-Freunde dabei. Wie schon mitgezockte Armee. Du, 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 du. Du wirst, das ist der Waffenshop. Da steht auf jeden Fall Waffenshop dran. Ammonation. Ich zieh rein. Ich wollte mir eigentlich ein Flugzeug kaufen, aber eine Waffe ist, glaube ich, dir eigentlich mal besser angebracht. Was ist denn das? Jagdkleidung. Kanister. Gucken wir uns mal die Waffen an. Tränengas. Gefechtspistole. Schlagstock. Genau. Pistole. Ja, ja. Okay. Nimm mal mit. Stirb. Ah, Mist, geht gar nicht. Ich kann ihn ja gar nicht töten. Auf jeden Fall haben wir doch jetzt den Schlagstock. Und ich finde einfach, die sieht richtig heiß aus damit. Und das Ding ist nicht nur zum Schlagen da. Jetzt gucken wir auch mal, ob das Ding funktioniert. Am besten an einem menschlichen Opfer. Böhm, bitte. Böhm, bitte. Böhm. So. Oh, ja, da ist eins. Hey, hey. Gute Nacht, mein Freund. Du kleiner Bonze. Bonze. Das ist dafür, dass du hier mit Lebensmittel rumhantierst. Und die Leute verhungern wegen dir. Stirb. 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 Hallo? Hallo? Okay. Ciao. Uah. Bam. Bam. Stopp. Ah, ja. Der haut vorne auf Rahu ab. Das ist aber echt feige. Oh, das sieht cool aus. So. Was gibt's denn Neues hier? Geiles Motorrad. Das brauche ich. Und jetzt kommen auch noch... Uah, die fahren mich einfach rum. Na, warte. Nicht mit mir. YouTube Games kommen wir zerstörerisch hier. Böhm. Böhm. Oh, scheiße. Der Krankenwagen-Typ haut ab. Böhm. Eh. Erwischt. Ist er tot? Eh, wo liegt er jetzt? Stopp. Er ist in die B-Police. So. Dildo rausholen hier. Und Dildo draufschlagen. Auf 14 Dollar. Nicht schlecht. Dankeschön für die Kohle. Ja, ja, ja. Joa, Leute. Das war... Let's play together. GTA 5 Online. Ich hoffe, es hat euch gefallen, man. Bis zum nächsten Mal. All to games come. Auf der Playstation 3. Wow. Wow, 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 wow. Oh, shit. Oh, yeah. Ciao. Ciao.